Gott liebt dich standhaften. Man läuft nicht vor irgendetwas weg. Und mein Vater hat mir gesagt, wenn du einmal irgendjemandem, sollte das passieren, dass jemand etwas wegnehmen will, dann gib es niemals. Und wenn du stirbst, gib es nicht halt. Ich habe dann gefragt, was wenn er mich sticht. Er hat gesagt, dann lass ihn stechen, aber gib deine Jacke nicht. Was wenn er schießt, lass ihn schießen, aber gib deine Jacke nicht. Und wenn er mich tötet, dann stirbst du mit deiner Jacke. Ich bin in einem Umfeld, wo alle so denken. Ich bin in einem Umfeld, wo meine Familie so denkt. Ich bin in einem Umfeld, wo alle so sagen. Auch wenn ich es jetzt falsch finden würde, könnte ich dir nicht sagen. Weil es einfach, so bin ich aufgewachsen.